Ist dir schon aufgefallen, dass Gott dem Totengräber sehr ähnlich ist? Was? 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 Er bestimmt die Regeln. Man kann ihn nicht befragen oder mit ihm verhandeln. Und dann ist es ihm völlig egal, wie es ausgeht. Entweder man tut, was er sagt, bringt sein Opfer und ist erlöst, oder man tut es nicht und landet in der Hölle. Es wäre mir sehr lieb, wenn du so etwas nicht sagen würdest, denn ich möchte wirklich nicht vom Blitzer schlagen werden. Gehst du jeden Sonntag in die Kirche? Ja, das tue ich. Kann ich mitkommen? Nein, kannst du nicht. Wieso? Es könnte mir helfen, sie zu verstehen. Ich würde dir nicht helfen, zu Gott in seinem eigenen Haus respektlos zu sein. Wenn du irgendwelche anthropologischen Studien machen willst, schau den Bibelkanal ein.